Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich noch einen Adventskalender für dich. Juhu! Und zwar ist es der YesStyle Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieser Adventskalender ist tatsächlich wie durch Zauberhand nun wieder verfügbar. Für 121,50 Euro bekommst du den nämlich jetzt auf der YesStyle Homepage. Ihr könnt mal schauen, ob ihr mit Claudies Welt tatsächlich auch ein bisschen was sparen könnt. Das ist nämlich mein Affiliate-Rabattcode, den ich dort habe. Ich habe den jetzt von YesStyle nämlich zugeschickt bekommen und wurde so auch nochmal darauf hingewiesen, den gibt es ja wieder. Ich war so traurig, dass ich den nicht mehr gekriegt habe, weil es gab irgendwie zwei, drei Verkaufsrunden. Und ich habe das jedes Mal verpasst, weil das gefühlt mitten in der Nacht war. Oder irgendwann, wenn ich halt keine Zeit hatte, nur ist er hier und ich freue mich wie ein kleines Kind. Ja, K-Beauty haben wir hier drin. Und sowohl dekorativer als auch pflegende Kosmetik, aber hauptsächlich pflegende Kosmetik. Und weil ich den jetzt zugeschickt bekommen habe, gibt es in diesem Video auch ein Gewinnspiel. Und zwar verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ja, man meldet mir meine Freude kaum an. Ich finde es so geil. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich den jemals auspacken darf, weil ich letztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich den immer nicht gekriegt. Und dieses Jahr steht er jetzt hier, wenn auch etwas verspätet. Ja, genau. Wir haben eine sehr spacige Geschichte hierbei. Und auch wenn jetzt schon Dezember ist, Leute, man macht hier wahrscheinlich einen ziemlich guten Schnapp mit. Was ich sehr schade finde, ist, dass wir hier keine Kläppchen oder Boxen haben, sondern dass wir keine Boxen haben, sondern dass wir Kläppchen haben. So meine ich das. Und ja, so sieht das dann aus. Und man muss es dann quasi aufklappen. Finde ich wirklich ein bisschen schade, weil so kannst du den halt nicht weiterverwenden. Es geht aber so los, dass wir hier von 1 bis, ich weiß nicht, 9 oder so oder 6 die ganzen Kläppchen drin haben. Und wir starten. In der Nummer 1 haben wir direkt so ein Kloppervieh drin. Und zwar ist das von VT Cosmetics Ziza Bubbles Sparkling Booster. Und ja, das ist doch mal eine schöne, große Geschichte zum 1. Dezember. Da freut man sich auf jeden Fall drüber. Hier drin haben wir nämlich eine ganze Batterie an Produkten. Also es ist nicht nur ein Produkt, es sind gleich 10 Produkte. Krass, oder? Also ich denke mal, dass das so ein, ja, das ist ein Sachet gefüllt mit einem Bubble Sparkling Booster mit Hyaluron. In der Nummer 2 haben wir etwas drin von Some By Me. Und das soll quasi gegen Unreinheiten helfen. Bye Bye Blemish Vita Tox Brightening Bubble Cleanser. 120 Gramm sind hier drin enthalten. Und damit kann man sein Gesicht reinigen. Ich mag ja gerne diese Bubble Cleanser, ne? Das ist voll mein Ding. So Schaumreiniger ist das. Und ja, werde ich ausprobieren und euch mal reviewen in einem Aufgebraucht-Video. Wow, in der 3 haben wir Dekorative Kosmetik drin von Romant. Han All Sharp Brow. Okay, ja, okay, okay. Ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen meine Farbe ist. W1 Gentle Brown. Oh ja, das könnte hinhauen, ne? Da müssen wir mal gucken. Werde ich mal mit euch zusammen in einem Full Face Beauty Boxen ausprobieren. Das sieht aus wie so ein aschiges Braun. Und das könnte funktionieren. Ein bisschen hart erst mal, wenn ich das so swatche. Ne? Aber so schaut die Farbe dann aus. Ja, solche Produkte sind schwierig in Adventskalendern. Aber ich weiß nicht, wie viel Prozent der Weltbevölkerung braune Haare hat. Ich glaube, ziemlich viele, ne? Weiter geht es mit Dekorativer Kosmetik in der Nummer 4. Und da haben wir ein Peach Cotton Multi-Finish Powder mit 15 Gramm. Also, ja, wahrscheinlich auch so ein loses Puder. Mit einem Puffel-Ding. Und ja, Skin Food. Aha, schön. Definitiv, ja, müssen wir ausprobieren. Das kann ich jetzt so nicht, ne? Aber, also, dekorative Kosmetik. Da haben wir jetzt schon zwei Stück von. Bei vier Kläppchen. Wow. In der Nummer 5, der Tag von Nikolaus, haben wir auch wieder so ein bisschen, ja, also dekorative Kosmetik. Das kannst du verwenden als Blush und auch als Lippenprodukt, ne? Dass man das so ein bisschen, diesen Blush-Effekt auf den Lippen bekommt. Das ist von Pep, der Pep Balm Fingertip Become Happy with a Simple Dap for Vibrant and Lively Moments. 15 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, ne? Nochmal dekorative Kosmetik. Aber ich glaube, den habe ich schon. Wow. Zu Nikolaus bekommen wir etwas von Cosar X. Eine ganz, ganz bekannte Marke. Advanced Snail Hydrogel Eye Patches. Liebe ich. 60 Patches haben wir hier drin. Und das sind halt Augenpatches, ne? Und ich verwende halt immer, immer, immer solche Pöttchen. Wenn ich mal in Adventskalendern oder sonst irgendwie so halt diese einzelnen Viecher drin habe, ist es okay, wenn die auch mal verwendet. Aber wenn ich mir das nachkaufen würde, wenn das mal irgendwann mein Vorrat ausgeschöpft ist, ich würde mir sowas nachkaufen. Du hast viel weniger Verpackungsmüll und so weiter. Und ich finde es einfach großartig. Und die von Cosar X sind halt auch wirklich pflegend und mag ich. Ich bin so ein Freak gerade. Wow. Okay, das war die erste Schublade. Und dann haben wir hier eine riesige Nummer 7 in der Nummer 7. Nein, in der zweiten Schublade. Ich habe so für mich einen Adventskalender auszupacken, Leute. Oh. Nee. Oh. Ich dachte erst, das wäre hier so eine Zahnpasta, weil Leute, es ist halt in so einem Grün, ne? Nee, es ist eine Mascara. Hyper Curling. Ist das geil. Lash Correcting Mascara. Hammer. Von Holika Holika. Clean Up Lip & Eye Makeup Remover. Und ein Täschchen. Wahnsinnig cool. Also das ist eine schöne Nummer 7. Was soll ich sagen, Leute? Komm, wir gucken uns mal das Bürstchen an. Aber die sieht doch aus wie eine Mavis Zahnpasta. Aber ich feiere das gerade so sehr. Geil. Ja, die hat ein Kunstfaserbürstchen. Auf der einen Seite ist es länger, auf der anderen Seite ist es kürzer. Wahnsinn. Riesig. Riecht cremig. Cool. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und auch wenn der Geburtstag von Sammy schon vorbei ist, der 8. Dezember, freue ich mich umso mehr, dass wir das nächste Produkt in der 8 drin haben. Und das ist von Prison Clio ein Highlighter. Ey, wir haben hier ganz schön viel dekorative Kosmetik drin, oder? Wahnsinnig cool. Der schaut so aus. Ein Highlighter Duo ist das in der 01 Cream Fizz. Ich feiere das so hart. Denn dekorative Kosmetik bei den koreanischen Geschichten, ne, ist nicht günstig. Oh, ist das schön. Oh, das sieht aus so ein bisschen wie Dominique Cosmetics, ne? Vom Packaging Design her. Oh. Und da sind schöne Töne drin. Wirklich tragbare Töne. Jetzt nicht irgendwie super ausgefallen oder so. Das finde ich interessant. Komm, die können wir auch mal swatchen. Einer, der ein bisschen intensiver ist und heller. Und einer, der mehr ins normale Champagnerfarbene geht. Und ich habe, ehrlich gesagt, ne, Highlighter bei diesen koreanischen Geschichten noch gar nicht so gesehen. Und freue mich deswegen umso mehr. Ja, wow. Richtig cool. Also das sieht eher nass aus und eher subtil. Und mag ich gerne leiden. Ihr seht das auch nur ganz dezent, ne? Aber es ist da und es gefällt mir. Es ist ein schöner Erwachsenenglow. Die 8 hat auf jeden Fall gekracht. Und dann gucken wir mal, ob wir uns über die 9 freuen werden. Äh, The Plans. Sand Base. Timestop Peptide Eye Cream. Ja, schön. Augencremes sind auch immer toll. Das ist mit, ähm, Rosa Damascena. Also mit, ähm, Damascenen Rosen gedünsen. Äh, Honigextrakt und, ähm, Not Refined Water Base. Okay, sagt mir jetzt so nichts. 30ml haben wir hier drin. Da bin ich ja gespannt drauf, wie die so funktioniert, ne? Also, schön. Richtig coole Produkte sind hier drin. Also, ich weiß nicht, was es preislich ist, ne? Hier sieht, so sieht es aus. Rosé Gold. Wunderschön. Und jetzt schauen wir mal, ähm, was in der Nummer 10 drin ist. Von McQueen. Ein Volume Fix Essential Lip Oil. Ach, schön. Lippenöle finde ich ganz toll und pflegend. Die, äh, ja, funktionieren bei mir sehr gut und die trage ich auch gerne im Alltag. Weil man dann halt noch diesen Hint auf, es sieht aus wie Lipgloss drauf hat. Und, äh, aber gleichzeitig halt eine Pflege, ne? Oh, ist das schön. Und meine Güte, den werde ich auf jeden Fall in meine Handtasche packen und aufbrauchen. Weil das sieht so hübsch aus. Hier oben wie so eine Pipettenflasche. Und hier unten siehst du aber, dass es so ein, ähm, ja, Lipgloss-Applikator-Ding ist, ne? Wunderschön. Ziemlich ist auch ganz aufgeregt. Was ist da, Wutri? In der Nummer 11 haben wir, äh, von Purito. Ach, schön. Äh, der Meat Zitzer Barrier Sleeping Pack. 80ml. Und das wird etwas sein, was du quasi dann über Nacht gut drauf machen kannst. Und was die Haut dann nochmal ordentlich mit Feuchtigkeit versorgen wird. Zitzer ist auch ein sehr, sehr pflegender Inhaltsstoff. Das ist so cool. Und das ist so eine Tube, die einfach auch sehr apothekenmäßig aussieht, ne? Und das wird von der Konsistenz her dann auch etwas fester sein. Einfach damit das Gesicht nochmal ordentlich gepflegt wird. Schön. Wir sind schon bei der Halbzeit. Der Wahnsinn. Die Nummer 12. Hier habe ich, äh, Hand & Foot Perfume Cream. Ach, interessant. Äh, Willis. Village Eleven Factory. Jo, Eleven Village Factory. Sagt mir so gar nichts. Und ich glaube, hier haben wir auch wirklich nur Full Sizes drin. Also Originalgrößen, ne? Okay. Eine Fußcreme. Jo, finde ich klasse. Fußcreme verwende ich super gerne. Ich finde es super, wenn Adventskalender, die Beauty-Produkte enthalten, auch auf eine Fußcreme achten, ne? Dass es reingelegt wird. Ähm, ich, jeden Abend pflege ich meine Füße, creme die ein und hab da meine Freude mit. Krass. Okay. Das war jetzt die zweite Schublade. Weiter geht es mit der dritten Schublade und da haben wir hier die Nummer 13. Und zwar haben wir von Mison hier was drin. Oder Mison. Ein, äh, Ciceluronic Cleansing Balm. Ich liebe Cleansing Balms. Wir haben einen Cleansing Balm. Wir haben einen Bubble-Gedünzen. Und, äh, liebe ich zum Abschminken. Ich mache Double Cleansing und, äh, voll mein, voll mein Vibe hier. Eiver tübsch. Das kommt auch in so einem schönen türkisen, aquatischen Tiegel daher. Und dann nimmt man sich einfach diesen Cleansing Balm mit dem Finger, ähm, macht das so ein bisschen in den Händen und kann damit dann über das Make-up gehen, das Make-up lösen und so. Also, mega cool, dass sie das hier einfach reingepackt haben mit einem Spatel mit dabei und so. Und, oh, ey, Leute. Ich glaube, der Adventskalender ist echt gut. Wow, die Nummer 14 ist einfach riesig. Ah, okay. Und enthält einfach ein paar Masken. Passt. Äh, von Pyokang Yul ist das die Calming Mask Pack. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünfmal. Also eine beruhigende Gesichtsmaske, Tuchmaske am besten in den Kühlschrank reinpacken. Ist das mit Cucumber und Gurke? Sieht nämlich so aus, ne? Steht jetzt so nicht drauf, weil ich kann leider kein Koreanisch. Vielleicht steht's drauf. Aber allein die Optik, dieses Milch-Package. Oh, ist das cool. Geil. Claudi ist im Penel, ich sag euch das. Weiter geht's mit der Nummer 15. Von Ionic, Ionic. Ein Noni Light Oil Serum Advanced Anti-Aging Rich Moisturizing Wrinkle Care. 50ml. Also ein Serum fürs Gesicht, was dann halt auch wirklich so ölmäßig sein soll. Und, äh, das Gesicht mit Feuchtigkeit versorgt und so. Lass ich jetzt auch mal zu. Und, äh, ja, auch das finde ich, ähm, also passend. In der 16 haben wir was drin von Dear Klairs. Äh, Handcrafted Soap. Pour Gentle Black Sugar Chaco Soap. 100g sind hier drin enthalten. Das ist einfach ein Seifenstück, womit du dein Gesicht reinigen kannst. Also quasi eine feste Gesichtsreinigung. Cool. Cool, cool, cool. Was ist das denn? In der Nummer 17. Ist das die 17? Ja. Von, äh, 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 Capsule. Nein, von Cotton Candy. 4 in 1. Von Coringo ist das. Cotton Candy. Aha. Äh, irgendwie so ein Pinsel. Ja, das ist ein Pinselset. Meine Stiefmama hat sich von mir ein Pinselset gewünscht in Reisegröße. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab hiermit dein, ähm, dein Geschenk. Weil das ist ja perfekt für, äh, für zum Reisen. Und die fahren halt öfters nach Berlin. Und das ist perfekt. Da hat man hier halt diese kleinen süßen Pinsel drin. Hart am Feiern bin ich das gerade. Und, äh, ja, perfekt. Weihnachtsgeschenk ist safe. Und auf dieser Seite hat man dann halt so einen Puderpinsel. Und sie sagte, Mensch, ne, sie hätte halt nur einen Blushpinsel. Ja, hab ich hier schon mal was für dich, äh, organisiert. Richtig, richtig, richtig cool. Also da wird sie sich drüber freuen. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Und die ist ja, äh, rein faktisch jetzt gerade gar nicht mal so weit von uns entfernt, ne. Von Neogen Dermalogy All-Day Locking Fixer. Ein Fixing Spray. Ernsthaft. Ultimate Fixing Power to maximize the longevity of makeup. Ist das cool. Werde ich in meinem Full-Face-Poodie-Box mit euch zusammen mal austesten. Wieso das das Make... Also wie das so das Make-Up fixiert. Ich kann ja mal sprühen. Weißt du, muss man schütteln, ne. So viel geile dekorative Kosmetik. Wow. Hm. Ja, das ist schon sehr spuckend, ne, von der Anspuckerei hier. Aber, ähm, und leicht alkoholischer Duft tatsächlich. Aber, äh, ja, irgendwie ist es gar nicht so verkehrt. Wird ausprobiert. Dritte Schublade ist durch. Hier haben wir jetzt die unterste Schublade. Und Leute, ich sehe schon, dass in der 24... Das ist, ne, verrät die Optik halt schon, ne. Da wird eine Palette drin sein. Ja, Wahnsinn. Hier haben wir jetzt aber schon mal die Nummer 19. Oh, es ist eine Gesichtscreme mit Schneckenschleim. Der sehr wahrscheinlich synthetisch hergestellt sein wird. Aber, äh, ja. Black Snail Original Cream von Secret Key. 50 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und, ja, mit Schneckenschleim, ne. Sowas soll ja auch, äh, verjüngend sein. Und ich glaube, weil das halt irgendwie auch so, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die da echten Schneckenschleim reinpacken. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht der Tiegel sehr hochwertig und schön aus. Ist aus Glas. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier jetzt auch ein Glastiegel habe. Und edel, ne, mit einem schwarzen Deckel vor allem. Und dann hier ist Kult. Die Nummer 20 war ein riesengroßes Kläppchen. Ist aber, äh, tatsächlich nur wegen der Verpackung so groß. Hier haben wir drin ein Get Loose Glitter Gel von Anlishia. Ähm, das bleibt aber auch hier drin, weil ich benutze keine losen Glitze. Ich hatte meine Masken Ader schon vermisst. In der 21 haben wir wieder von Isntree eine Maske drin. Die Real Mugwort Clay Mask. Und, äh, ja, 100ml sind hier drin. Exfoliating Rough Skin. Also wenn du halt so trockene Haut hast, kannst du das damit peelen. Und, äh, ist gleichzeitig dann auch eine Maske. Da müsste man halt natürlich noch herausfinden, hier 10 bis 15 Minuten lässt du es drauf, ne. Ich mache sowas ganz gerne. Dass ich dieses, äh, Produkt mir aufgebe. So an Tagen, wo ich mich über Tag auch nicht wirklich geschminkt habe. Dann bevor ich duschen gehe, mache ich mir einmal mein Gesicht mit dem Waschlappen sauber. Und, äh, gebe mir dann die Maske auf. Lauf dann mit 15 Minuten durch die Gegend. Oder wascht zum Beispiel meine Pinsel, ne. Und kann das dann unter der Dusche einfach abwaschen. Ist dann super easy. Ich finde ganz schön viel hier drin cool. Aber es ist tatsächlich auch ein guter Adventskalender. Äh, ich bin jetzt hier bei der Nummer 22. Und entnehme ein, äh, von einem From ein Honey Serum. Also ein Honig Serum. Das finde ich auch sehr, sehr spektakulär. Honig soll ja auch so antiseptisch wirken. Gegen Entzündungen und so weiter, ne. Also wenn man auch so zu Unreinheiten neigender, neigende Haut hat, ähm, sollte man sich ja auch irgendwas drauf geben, was die Haut dann ja auch ein Stück weit beruhigt. Und da hilft sowas auch wirklich. Das heißt, in meiner Erdbeerwoche wird das hier ein guter Begleiter sein können. Und bei dem hatte ich mir damals auch schon öfters überlegt, das zu kaufen. Hatte das auch schon im Warenkorb. Und ich glaube, ich habe das sogar schon mal gekauft. Und das sieht auch so Bienen-Waben-mäßig aus. Ist das nicht geil? Das ist auch wieder eine Glasverpackung. Feier ich, wird ausprobiert. Oha, wir sind schon am Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Und selbstverständlich fehlt uns noch ein Lippenstift. Hier haben wir tatsächlich auch einen roten drin. Und die kannst du meistens auch ein bisschen anders auftragen, indem du die so auftupfst und dann nach außen bappst und nach außen so ausblören lässt. Also nicht wirklich so wie ich jetzt. Komplett rote Lippe kann man natürlich auch machen, ne. Aber eher so dieser Blurring-Effekt ist ja dieser Korean-Style. Another me bite the beat mellow tint mercy. Mercy. Oder Mercy ist, glaube ich, die Marke davon, ne. Interessant. Ja, sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Kann man sich nicht beschweren. Ist ein reguläres Packaging. Jo. Ein rotes Lippenprodukt. Ist auf jeden Fall am Tag vor Heiligabend angebracht. Vor allem, wenn wir an Heiligabend eine Palette bekommen. Wie es hier auch so abgebildet ist. Ich bin so aufgeregt. Peripera All-Take Mood-Palette. In der Farbe 04 Moodful Rose. Da bin ich so gespannt drauf. Rose, Leute. Ich liebe Rose. Ich liebe es. Meistens sind die nicht so mega krass pigmentiert, die koreanischen Paletten, ne. Aber, oh nein. Meine hat ein Pfändchen, was sich bewegt. Moment, das muss ich eben kurz wieder reinmachen. Aber das ist nicht schlimm. Das ganze Pfändchen war raus. Also inklusive Pfändchen. Das kann man wieder festkleben. Das ist kein Problem. Und ja, so schaut das dann aus. Ich hoffe, dass mir das Pfändchen jetzt nicht rausfällt. Deswegen ist es eine sehr, sehr zurückhaltende Palette. Also sehr Nude-Farben. Aber schön. Vor allem ist es eine kühle Nude-Palette. Du hast hier Schimmertöne mit dabei. Und die werde ich auch mit euch mal zusammen ausprobieren. Und diese Verpackung, die ist auch hübsch. Ich muss nur das Pfändchen nochmal festkleben, dass mir das nicht hier wieder durch die Gegend rennt. Wahnsinn, Leute. Das ist ein Adventskalender, der sich lohnt. Ich weiß nicht, was der vorher gekostet hat. Hat der auch seine 121,50 gekostet? War der teurer? War der günstiger? Muss ich mir nochmal angucken, ne. Da gucke ich zum Beispiel mal in das Video von Unbox Butterfly Nicole rein. Die hat den nämlich auch ausgepackt. Das habe ich mir aber damals nicht angeschaut, weil ich war so taurig. Aber wir haben so geile Produkte. Ich werde auch so viel davon behalten. So viel dekorative Kosmetik. So viel Produkte, die ich auch einfach generell so oder so schon verwende von der Art und Weise her. Und echt. Also für mich persönlich lohnt er sich voll. Und ich bin unglaublich glücklich gerade. Man merkt es mir kaum an, dass ich ihn tatsächlich auch noch geschickt bekommen habe. Hätte ich jetzt nämlich mitbekommen, dass es den wieder gibt, hätte ich ihn mir gekauft. So. Versucht auf jeden Fall, ob mein Code auch noch gilt. Weil stellt euch mal vor, der würde funktionieren. Ich glaube 15% oder so kriegt man damit auch noch. Wäre auch ein Träumchen. Da kriegst du den ja irgendwie für unter 100 Tacken, ne? Geil. Sinnvolle Produkte. Ich habe dir auch mal den Wert eingeblendet. Ich denke schon, die Produkte sind schon, ne? Keine Ahnung, 200 Euro oder noch mehr wert. Haben wir schon einen guten Wert hier drin, ne? Cool. Leute, ich bin glücklich darüber. Wir haben tolle Produkte hier drin. Du kannst hiermit fast ein Fullface schminken. Und ich bedanke mich von Herzen bei dem lieben YesStyle-Team, dass ihr mir den Kalender zugeschickt habt. Das finde ich einfach großartig. Und ja, falls dir mein Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.